Willkommen zurück, meine Freunde, zu unserem Let's Play zu Jack the Lions. Ich bin Seven Egg und wir befinden uns mitten in der Schlacht um Sektor A8 Hill Station. Beim letzten Mal haben wir etwa zur Hälfte unterbrochen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem zweiten Teil. Oh, okay, also gut. Äh, Alina. Der Countdown läuft schon wieder. Ähm. Genau, da. Okay, gucken mal, wo was kommt. Durch diese hohle Gasse und so. Okay, die sind schon wieder da hinten. Hi, der Witzker. Alina, du hast schon wieder Anfang. Reiner, die ja unverletzt. Ja, bitte einmal mit der Schoddy. Wir sparen Munition. Ja, ja, ja. Also gut. Wir under attack. Under attack. Besser als under the bridge. Keine Ahnung. Bridge over troubled water. Yikes, für die Welle. Was hat der Major noch verrat? Albe Stunde schon, Leute. Das wird vielleicht die längste Folge. Eine gültigen Ziele, das ist ja frech. Wir überwachen nach da. Play. Wir überwachen nach da. Du hast ein Ziel. Tatsache. Kannst du es erreichen? Nein. Ist immer schön, wenn man seine Ziele erreichen kann. Oder wenn man in Deckung gerät. Äh, da hätten wir den, der uns treffen kann, ne? Also wollen wir da näher hin? Ja, wollen wir. Wollen wir da getroffen werden? Eher nicht. Dann gehen wir erstmal hier lang. Oh, haha. Gut gemacht, Doc. Ah. Nichts ahnend. Das ist natürlich wild. Aber auf sowas sind wir natürlich. Barry und seine Hohlladung vorbereitet. Äh, ja. Gehen wir die Granate nicht ein bisschen weiter? Nein. Gerade. Okay, du hast aber ne 9 Millimeter. 9 Millimeter ist Full Auto. Einfach reinhalten. An die zersteigt. Der wird ein Problem. Die Scharfschützen machen mir weniger Sorgen. Okay, sie machen mir mehr Sorgen. Die machen mir mehr Sorgen, als ich dachte. Oh, oh, oh. Also gehen wir hier mal in Deckung. Yes. Und Eis. Das wird jetzt etwas... Das ist der Doc. Der ist da hinten. Der Abernick hat noch einen vollen Zug. Das ist gut. Den nicht. Den nicht. Wir müssen die andere Seite halten. Da drüben, die sind nicht so gefährlich. Das da ist übel. Hallo. Ready. Going right now. Und da müssen wir uns einfach um die... Gangster sehr stark kümmern, weil die sonst... Wenn die in Nahkampf kommen, wird es echt übel. Und da... Du kannst dich hier gegen den Grenadier behaupten. Das ist richtig. Der war sauber. Das war's. Ach, Flay. Das war deine Chance. Okay. Ja, okay. Du bist weg. Du wirst gemessert. Ei, 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 ei. Die sind das Problem. Oh, oh, oh. Und der hat Dr. Cure noch markiert. Äh. Bandit sehr stark. Aber er geht auf... Er geht erstmal auf Biff. Biff, kannst du den aufhalten? Okay. Ich fühle mich an hier. Ich fühle mich an hier. Ich fühle mich an hier. Biff. Okay, unterdrückt und verlangsamt. Biff. Ja. Du hast ja genug Unterstützung. Kannst du den halten? Was? So, wir holen uns den da ab. Steifenfeuer in den Kopf. Kurze Distanz. Ja. Ja. So, wir können hier noch vorrücken bis in die Position und den Scharfschützen da ordentlich beschäftigen. Passt tot. Okay. Hol ihn dir. Ah, nicht ganz tot. Oh, putain! So. Du kannst dir den mal runter, der da unten... Äh. Nur Streifschüsse. Das ist ja traurig. Warum Streifschüsse? Na. Dann halt mit der Dicken, die... Ach, weil er in Deckung ist. Die keine Streifschüsse zulässt. Hol ihn dir. In den Kopf. Ich habe einen. Hallo. So. Eigentlich müsstest du den Banditen mit. Ähm. Aber... Der ist fast tot da hinten. Barry. Er ist fast tot. Da hinten hin kommst du nicht. Vor allen Dingen nicht, weil da Mörserbeschüsse ist. Granate! I will shoot at enemy when available. Dr. Q here. Da haben wir gesagt, den, der macht der Doc weg. Entstanden. Schau bei in Ecke. Wir gehen hier in Position. Da wartet ja eigentlich noch ein Boss oder so. Hier müssen wir ihn in Position bringen. Und leider haben wir auf den keinen Streifer. Aber in die Richtung könnte ich mir was... vorstellen, dass was geht, wenn wir da rüber gehen. Deckung. Und dann hoffen wir mal, dass es hält. Kommt wieder die... Mörsereinfläge. Ei, schon wieder im Seven Egg rein. Das ist nicht gut. Ei, nein, das brennt. Auto. Oh, da ist noch ein Grenadier. Verdammte Axt. Ei, da... Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Das ist ein Fall für den Doc. Der Bluter, der muss gedoktert werden. Da brauchen wir auf jeden Fall. Also, innere Blutung müssen wir... Ja. Och, Biff, was bist du denn? Äh, ich sollte weg von hier. Ey. Okay, erstmal haben wir gesagt, da ist erledigt der Arzt. Du blutest, da kann nur der Doktor helfen. Da ist es mal das Erste hier. Ja, das hat der Doktor gut gemacht. Auch wenn das jetzt nicht um... Äh. 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 Der Mörser kommt ja in einer saublöden Position runter. Okay, den hier holen wir uns. Elf und weg. Alina in Position. Verdi muss da weg. Ah, eigentlich muss Flay auch vom Turm runter, ne? Wie weit können wir mit Waffe laufen? Bis da kriegen wir den zweimal durch die Tür. Äh, ist gepanzert. Das hilft halt nicht wirklich was. Dann können wir ihn hier granaten. Explosive! So, hier haben wir jetzt das Problem, dass hier Bomben runterkommen. Und wir da oben sind. Und das allgemein als ungesund angesehen wird. Hat Flay... Hat er nicht. Das ist schlecht. Oh, das ist schlecht. Dann würde ich sagen, wir gehen doch hier am ehesten noch an den Rand. Und hoffen das Beste. Dr. Q, 7-8 hat... 7-8 noch... Nein, hat er nicht. Wir haben... Wir stehen voll drin, ne? Komm da auch nicht ran. Okay. Kalina! Bleibt da auch oben. Ja, das ist schlecht. Baba, Baba, not take me this fight. How can I assist? Barry. Die Entdeckung. Und dann hoffen wir wieder. Jikes, jikes, jikes. Okay, okay, okay. Au, au, au. Wehres, Artillerie, Feuer! Biff! Rette uns! Einmal umgekehrt. Angeblich der Letzte. Okay, Stabernake. Ein Schuss haben wir. Wieso willst du den Schuss nicht nehmen? Okay. Einzelschuss. Acht, Feuer. Und jetzt gehen wir hier in Deckung. Keine Sicht. Play hat Artilleriefeuer auf jeden Fall gut überstanden. Und... Auchlage. Hier bleibt da. Stabernake bleibt da. Ice bleibt auch da. Und Barry. Geht hier in Position. Einer muss das Ganze auch erledigen. Deckung. Und ja, ich wusste, dass die Autos explodieren werden, aber wir sind einfach nicht mehr weggekommen. Noch mehr Artilleriefeuer. Eieiei. Nicht auf Barry. No! Und wieder Artilleriefeuer. Meine Güte. Himmelwärts. Feuern sie. Und... Keine Chance. Dem auszuweichen. So, wir holen ihn uns. Barry. Barry. Wir haben keine regulären Granaten mehr. Das gibt's ja gar nicht. Barry ohne Granaten. Das ist ja... Einfach mal hier in... ...andere Position. Blake, pirsch dich an. Du bist Barrys beste Hoffnung. Und wir haben die nächste Welle. 28 Sekunden. Und... Yeah. Gucken wir mal. Wir müssen uns auf jeden Fall verbinden. Und... Barry sollte sich auch verbinden. Okay. Und die beiden hier stehen auf jeden Fall noch gut. Nur Dr. Q. Den hätte ich gern wieder auf der anderen Seite. Muss ja noch irgendwann ein Boss kommen. Der Evernike soll sich verbinden. Letzte Welle bereit. Barry Unger. Genau. Barry Unger. Wir laden den Mörser mit schwerem Gerät nach. Und hier die Blendgranaten. Und... Yes. Barry hier wieder in Position. Letzte Welle. 20 Sekunden. Diverneig verbindet sich noch. Und dann... Aufi und davon. Ich erwarte eigentlich die Welle wieder hier aus der Richtung. Und... Dann wollen wir mal. Drei. Drei. Eins. Und go. Okay. Ähm. Aus der Richtung habe ich es jetzt nicht ganz erwartet. Ich denke aber, da kommt noch mehr. Bandit, Marodeur, Sunny. Alles dabei. I have the villain in my sights. Ich denke, der erste Schuss... ...ist der Sunny. Direkt rausgenommen. Okay. Wir sind in Deckung. So. Wo ist die letzte Welle? Ei, ei, ei. Von der ganz anderen Seite. Das ist ja... Okay. 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 Das ist die falsche Richtung. Okay. Das ist die falsche Richtung. Dann... Aber können wir hier mit der Ari reinfeuern? Ich glaube, das ist eine gute Nummer. Okay. Und er... ...Blade geht erstmal da rüber. Weil da ist dieser wieder sehr starke Bandit. Ein Treffer, das ist schlecht. Ein Treffer, das ist richtig schlecht. Und... Wir haben hier noch die Chance. 67. Der war gut. Dr. Q. Äh... Ja, kein hier. Das ging verschrotten. Hat aber nichts wirklich Sinnvolles. Macht sich aber auf, den da unten beizustehen. Einer muss das, ja. Und... Dann... Schauen wir mal. Farina... ... ist ja gefährlich für dich. Die rücken vor. Die sind gefährlich. Aber... Wir halten das. Okay. 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 Läuft jemand in unsere Artilleriefeuer? Nein, die bleiben da hinten. Das ist gut. Gut. Dann hat's schon... Dann hat's... Dann hat's... Dann hat's schon was gebraucht. Auch wenn's nicht so wirkt, hat einfach dadurch, dass die jetzt nicht vorrücken. Schon ordentlich was gebracht. Nooo. 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 So, also als allererstes Seven Egg. Wir wollen den Messerfret hier haben. Okay, den kann auch er holen. Alina hat einen klaren Marodeur als Ziel. Hol ihn dir. Weg mit dir. Amba. Wir haben hier nur eine Granate. Ey. Die feuern wir natürlich hier rein. Damit kann der Dock hier hinvorrücken. Und da Unterstützung leisten. Hier können wir in Position gehen und erstmal den hier aufs Korn nehmen. Sehr gut. Ice Williams hat da hinten die beiden Freunde noch. auf mein Weg. Sicher. Sicher. Und play. Überlegt mir sogar, ob ich ihn darüber versetze, aber Davile Bauchlage, würde ich sagen. This will be so easy. I'm already bored. Und Oberkörper reich. Marodeur. No Evildoer can stand before you. What? Ice here. Damit die Seite gesichert und der Mörser Beschuss ist schlecht, weil der trifft einen. Aber unser Mörser ja, genau. Das war's. Der sollte die hier ordentlich zurückdrängen. Die Opposition hat numerous grown. Oh, oh, oh. Der ist böse. Äh, Piff. Du Hasardeur. Hm. Der war jetzt nicht so berühmt. Wir könnten den Grenadier wegschnitten. Und dann sieht's übel aus. Da ist jetzt die Frage, was machen wir? Wir müssen auf jeden Fall aus der Adlerie raus. Aber ja. Das heißt auch, wir brauchen einfach Verstärkung jetzt. Heißt, die Truppe wird umgruppiert. Wenn das die letzte Welle war, dann haben wir jetzt hier Aber richtig verkehrt. Yo, Betty. Ei, 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 ei. Hackbares Gerät, aber wir können die Waffe nicht wechseln beim nächsten Mal. Blaine, erst mal nachladen. Und dann da rüber. Und vielleicht sehen wir da jemanden. So, jetzt ist die Frage, wohin. Ich denke, hier ist gut. Und wir wechseln die Waffe. Ah, dann würden wir einen Freund treffen. Das ist natürlich auch nicht so ideal. Bei mir ist man in Deckung. Schauen wir mal, was passiert. Gut, geschossen war das auch nicht. Okay. Er geht nach oben. Äh, ja. Das war natürlich jetzt auch super clever. Biff. Ja, Biff. Biff, du wirst hier nicht sterben. Biff, du wirst hier sterben. Deine Leute sind nicht. Oh, Gott. So. Jetzt. Dreie Fahrt, hör. Guck mal, erst mal wer. Haben wir Flay irgendeinen. Tatsache, der könnte einen bekommen. Nein, ich habe das nicht. Doch, den da hinten, den hast du. Du siehst ihn nicht, aber wenn's einer packt, dann du. Und wie. Und wie. Und den hier holen wir uns. Sauber weggeschnitten. Das ist nicht. Äh. Das ist nicht. Ernsthaft. Unerreichbar. Kann ja wohl nicht sein. Na gut, dann gehen wir hier hin. Das ist dein Willen. Und bitte Deckung. Sauberneig. Wir brauchen sehr unter. Erstmal Mörser raus und MP rein und los geht. Sauberneig ist auch am Start. Hier ist eine Deckung. Eis, komm. Da hinten rum im Zweifel und Halina kommt auch. Und dann haben wir's fast. Okay. blitzschnelle Reflexe. Ei, ei, ei. Grenadier verzweifelt gesucht. So, jetzt. Stiff. Den Überfall an Führer. Greifschüsse. Ja, super. Ähm. Kernkompetenz hat einen Namen, ne? So. Wir können uns hier den Überfallanführer holen. Ende im Gelände. Acknowledged. Und hier Rubble. Haben wir doch irgendwo und hier hätten wir einen Schussfeld. Mit der Dragunov trau ich mich den Schuss. Hm. Eher nicht gut, ne? Kalina. Auch von hier. Du hast auch eine Dragunov. auch du. Hol ihn dir. Nein. Berry, jetzt wird's aber wild. Yes. Kinder. Ja. Du verbindest dich schon mal. Der Dog bleibt da hinten in der Ecke. Eieiei. Nochmal ne Runde Mörser auf. Die nicht Biff in letzter Sekunde erwischen hier. Biff, hol ihn dir. Du hast es verdient. Biff. Und damit haben wir diese große Schlacht geschlagen. Eine Stunde. Ich gehe davon aus, ich habe das im Schnitt in zwei Folgen geteilt. Ich hoffe es zumindest. Weil, wow. Hier war ordentlich Betrieb und damit verabschiede ich mich beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt's mehr. Inklusive Looting und dann knöpfen wir uns Biff vor. In diesem Sinne. Ich habe es jetzt als einen Take aufgenommen. Vermutlich sind es zwei Folgen für euch. Ich hatte Spaß. Ich hoffe ihr auch beim nächsten Mal. Sehen wir, was es an Loot gab. Vielleicht kriegen wir ein paar Granaten. Hätten wir nötig. In diesem Sinne. Tschüss. Bis dann. Tschüss.